hallo leute herzlich willkommen zu call of duty modern warfare 3 ja das ist eine spezialeinheit die story habe ich schon durch zwar ganz schön kurz gewesen zu kurz für mich aber währenddessen zeige ich euch mal ein paar spezialeinheiten wenn ich dafür die zeit habe als allererstes wachsam testen sie ihr schick auf dem hinderniskurs erinnert mich doch irgendwie ganz schön verdächtig an die gruppe mal sehen ok was ist das aha ein dreischuss ok die arc auf dein zeichen frost ok los die fahrzeuge sichern alles sicher vorwärts ziel im erstgeschoss und erst dann geht das für mich den kopf weggeballert hat das ist ja zum kotzen wieso schaffe ich das hier nicht ich brauch drei sterne waffen mitnehmen und zum startort aber mit der pistol ist das bestimmt sicherlich viel besser ich brauche eine andere waffe das ist doch krass das ist die drei waffe das ist die mit der besten waffe ok ich kann mit der besseren das dauert mir ein bisschen zu lang das war knapp Oh, der lag schneller. Oh, das gibt's ja nie, ey. Nochmal. Oh, das ist doch... Ich glaub, der hätte sich am Ende nochmal bei die Waffe wechseln sollen. Boah, ey, die Musik ist so episch, ey. Kann man mitnehmen und zum Standort. Dieser die Angel-Taktikmesser. Nein, aber die AK mit der die ist so viel, oder? Die Tieren aus. Die Tieren aus. Die Tieren aus. Alles sicher. Vorwärts. Ziele im Erdgeschoss und aufgestockt. Vorbereit sicher. Da kommt der Tempo. Bewegung. Alles sicher. Da kommen unten. Oh, Mann. Danke, dass du mir nicht den Kopf weggeballert hast. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Wieso schaff ich das nie? Mann. Oh Gott, ey. Okay, nochmal. Oh, das muss doch noch schneller gehen, ja. Boah, das gibt's doch nie. Oh, wieso krieg ich das nicht hin, ey. Höchstpunktzahl erreicht, ey. Lol. Boah, das gibt's doch nie. Ey, wie soll man das überhaupt schaffen in der geringen Zeit, ey. Wie viel muss ich denn hier überhaupt schaffen, ey. Das ist sicher, vorwärts. Ziel in Erdgeschoss und ersten Stock. Beweger in den Bereich sicher. Jetzt ankommen mit der Tieren, wo bewegung. Beweger! 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 Okay, ich bin zu langsam, ich bin zu langsam. Beweger! Beweger! Nein, ey. Nochmal. Ey, das gibt's da nie. Hoffentlich habe ich jetzt die Rieke gewappt. Okay. Nachplan. Das war ja jetzt zu langsam, das war jetzt zu langsam. Meine Fresse, okay. Okay, gut. Auf dein Zeichen, schalte die Ziele aus. Kummer und die Fahrzeuge sicher. Okay. Ziele ist erstgeschossen und wir haben den Stock. Auf dem Bereich sicher. Jetzt nachkommen mit dem Tempo. Bewegung. Alles sicher. Da kommen Hunde. Hunde sicher. Hunde. Oh mein Gott. Wieso kriege ich das nicht hin? Oh mein Gott. Oh, meine Güte ey. Wie soll man das denn schaffen, ey? Auf dem Weg. Schalte die Ziele aus. Kummer und die Fahrzeuge sicher. Schalte sicher. Vormärts. Ziel ist abgeschossen und er ist gestorben. Jetzt sind wir bereits sicher. Da kommt mit dem Tempo. Bewege uns! Bewege sicher! Da kommen Leute! Bewege sicher! Vorwärts! Danke, dass du mir nicht den Kopf weggeballert hast! Losgeballt! Das gibt's da ne Ehe! Wie krieg ich das denn hier ne? Okay, Frost, du bist dran! Waffen mitnehmen und zum Stator! Schalten sie alle aus! So schnell wie es geht, ey! Wie soll ich denn das bitte schon gehen, ey! Schalten die Ziele aus! Vorwärts! Und die Fahrzeuge wieder! Alles sicher! Vorwärts! Ziele in Erdgeschossen und Erdgestockt! Bewege bereits sicher! Jetzt rein! Nachkommen mit dem Typo! Bewegung! Alles sicher! Da kommen Leute! Bewege sicher! Heilige Scheiße! Immer noch nicht! Ich fasse es nicht! Wieso schaffe ich das nie? Okay, Frost! Du bist dran! Waffen mitnehmen und zum Stator! Ich fasse es nicht! Das ist die Zulina! Ah... Auf deinem Seiten, Frost! Schalte die Ziele aus! Schalte die Ziele aus! Vorwärts! In die Fahrzeuge zurück! Ich habe mir jetzt viel Zeit gelassen. Ah man, Scheiße, fuck, so ein Scheiß, ey, oh ne, ey, wie soll denn das bitte schon gehen? Ich glaube, das geht dir hier besser mit C2D. Jetzt habe ich ein ganzes Magazin verballert. Okay, ich mache es neu und dann lasse ich es, ey, nee, das gibt es da nie. Schaut mir die Ziele aus. Wieder Infa viel D, das gibt es da nie. Beide sicher, vorwärts. Ziele in Erdgeschoss ohne Erdgestock. Auf dem Bereich sicher. Jetzt zurück. Dann kommen wir mit dem Tempo. Bewegung. Beide sicher. Da kommen Hunde. Ey, wie soll man hier drei Sterne bekommen? Ey, das gibt es da nie, ey, wie soll ich denn hier bitteschön... Wie soll ich denn hier bitteschön wenig Schuss verbrauchen, ey? Schaut mir die Ziele aus. Hunde rutschen und die Fahrzeuge zurück. Alles sicher. Vorwärts. Schiegel in Erdgeschoss ohne Erdgestock. Hunde rein sicher. Jetzt abkommt ich mit dem Tempo. Bewegung. Alles sicher. Da kommen Hunde. Alles sicher. Vorwärts. Ziele in Erdgeschoss und Erdgestock. Okay, Frost. Du bist dran. Streng dich mehr an in die Sound. Schaut in die Ziele aus. Vorwärts. Und die Fahrzeuge über. Lücke sicher, vorwärts. Ziele in Erdgeschoss und Erdgestock. Kürzebereich sicher. Jetzt rankast bitte die Tempo. Bewegung! Alles sicher! Da kommen Hunde! Hunde sicher! Vorwärts! Danke, dass du mir nicht den Kopf weggeballert hast! Boah, meine Güte! Knapp! Verdammt nochmal knapp, ey! Okay, Frost, du bist dran! Waffen mitnehmen und zum Stator! Schalten die Ziele aus! Vorwärts und die Fahrzeuge sicher! Alles sicher! Vorwärts! Ziel in der Abgeschoss und der ersten Stock! Schalten im Bereich sicher! Jetzt drei Kampfen mit der dritte Tempo! Bewegung! Alles sicher! Wieso hat es nicht... Wieso hat es nicht besessen? Ich glaube, ich muss das nochmal machen! Hey, das geht's doch nicht! Nochmal! Okay! Okay! Ey, wieso hast du jetzt ihn getroffen, mein... Oh, Junge! Oh, Junge! Oh, Mann! Das ist mir zu dickig! Du bist dran. Waffen mitnehmen und zum Start holen. Schalten die Ziele aus. Alle sind sicher, die Fahrt mit in die Hand. Alle ist sicher, vorwärts. Ziel, Schuss und den guten Stock. Auf dem Bereich sicher. Jetzt nach Hause mit dem Tempo. Bewegung. Alle ist sicher. Da kommen Hunde. Alle ist sicher, vorwärts. Danke, dass du mir nicht den Kopf weggeballert hast. Alter, wie soll ich das bitte schon schaffen? Okay, Frost. Du bist dran. Waffen mitnehmen und zum Start holen. Schalten die Ziele aus. Die Fahrt mit in die Hand. Alle ist sicher, vorwärts. Ziel, abgeschossen und guten Stock. Auf dem Bereich sicher. Jetzt nach Hause mit dem Tempo. Bewegung. Oh, das gibt's doch nicht. Ich mach die gleich noch mal. Ich mach das jetzt noch mal. Meine Fresse. Wieso krieg ich das nicht hin? Hier, schon wieder. Ey, das gibt's doch nie. Ey, mein Gott, ey. Okay, Frost, du bist dran. Nochmal. Schalten mitnehmen und zum Start. Schalten die Ziele aus. Vorwärts und die Fahrtbäcke. Schalten. Alles sicher, vorwärts. Ziel, abgeschossen und den Stuhlstock. Auf dem Bereich sicher. Da kommt der mit dem Tempo. Bewegung. Alles sicher. Da kommen Hunde. Hey, das gibt's doch nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es verdammt nochmal nicht. Oh, Junge. Okay, anstrengend. Schalten die Ziele aus. Vorwärts und die Fahrtbäcke. Alles sicher, vorwärts. Ziel, abgeschossen und den ersten Stock. Schalten im Bereich sicher. Jetzt abkommt mit dem Tempo. Bewegung. Alles sicher. Da kommen Hunde. Schalten Sie sicher, vorwärts. Scheiße. Ich hätte es weiter geschafft, ey. Meine Fresse. Neue Punktzahl, ey. Ich geb doch... Ich geb doch mir nochmal Chance, ey. Ich bin einfach nicht. Oh, Junge. Scheiße. Schalten die Ziele aus. Vorwärts, die Fahrtbäcke. Neue Punktzahl. Alle sicher. Vorwärts. Ziel ist erst geschossen und erst geschossen. Die großen Bereich sicher. Die Nachkultur mit dem Tempo. Bewegung. Alle sicher. Da kommen Hunde. Kommt der sicher. So ein Scheiß, ey. Das ist doch so ein... ...reckendes... Mann, ey, das ist doch zum Kotzen, ja. Oh, wer will mit... Boah, wieso hast du ihn nicht geschossen, ey? Boah, das gibt's doch nicht, ey. Ich treff nicht. Ich treff verdammt nochmal nicht. Boah. Ich glaube, ich muss mal meine steuern müssen. Da kommen Hunde. Danke, dass du mir nicht den Kopf weggeballert hast. Boah. Ey, wie soll man das unter... ...unter 20 schaffen, ey? Das kriegt man doch gar nicht gebacken, ey. ...dass du mir die Ziele aus... ...kommst du uns die Fakten... ...und die Fakten... ...und die Fakten... ...und die Fakten... ...sicher, vorwärts. Ziel in der Schoss und der Flieger. ...und der Flieger. ...und der Flieger. ...sicher. Ihr Nachhalt mit dem Tempo. Bewegung! ...und die Flieger. Da kommen Hunde. ...nein, ich kann nur bloß mit dem Kopf schütteln, ey. ...waffen mitnehmen und zum Start. ...schalten die Tiere aus. ...und die Fahrzeuge in Kraft. ...alles sicher, vorwärts. Ziel in der Schoss und erst geschlossen. ...waffenbereich sicher. ...jemand hat mit dem Tempo. Bewegung! ...und der Flieger. ...da kommen Hunde. ...und der Flieger. Danke, dass du mir nicht den Kopf weggeballert hast. Nee. Ich krieg nur bloß 920,9, ey. Keine 23 oder sowas, ey. Ich hab echt keine Ahnung, wie man das schafft hier. Naja, jetzt geht's irgendwie schneller als... ...als ein oder jener. ...aukenbereich sicher. Jetzt kommt mit dem Tempo. Bewegung! ...und der Flieger. Da kommen Hunde. ...und der Flieger. 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 Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Das ist doch zum Kotzen. ...und zum Start. ...schalten die Tür aus. ...und die Fahrzeuge sicher. ...und der Flieger. ...und der Flieger. ...Vormär. ...Ziele. ...Herstgeschoss und Erdenstock. ...und der Flieger. ...Irna. ...Kopf mit dem Schiff. ...Bewöger. ...und der Flieger. ...und der Flieger. ...und der Flieger. Nein, ich krieg's einfach nicht gebacken. Ich krieg's alleine nicht gebacken. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Ach, ich muss unter 27 kriegen, oder was? Oder was? Wieso hast du das jetzt nicht getroffen, du Arsch? Oder bin ich zu dumm? Gut. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Das dauert zu lange. Es dauert einfach zu lange. Ich hab keine Ahnung, wie ich das schaffe. Oh mein, das ist ein Leiden. Extremes Leiden. Ja, das war jetzt doof, normal. Okay, Frost, du bist klar. Waffen mit mir. Schau dir die Ziele aus. Und die Fahrzeuge. All sicher, vorwärts. Ziel in den Erdgeschoss und Erdgeschoss. Lösenbereich sicher. Lärtreffen mit dem Brink-Tempo. Bewegung. Aller sicher. Da kommen Hunde. Nee, 30. Fuck, man. Schneller. Schau dir die Ziele aus. Waffen mit dem Brink-Tempo. Die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge. Aller sicher. Vorwärts. Ziel in den Erdgeschoss und Erdgeschoss. Aller im Bereich sicher. Nachher weg mit dem Brink-Tempo. Bewegung. Aller sicher. Da kommen Hunde. Okay. Ja. Ich hab's geschafft, ey. Meine Fresse. Oh. Oh. Ich kann nicht mehr. Oh, 27,28. Oh. Nein. Oh, nee. Oh. Nie wieder die Scheiße durchmachen, ey. Legt mich doch fett, ey. Ich krieg's nie mehr hin, ey. Boah. Nee. Okay. Ich glaub, das war das... Erste Level. Boah, ey. Ich... Ich hab's echt nie, ey. Ich hab's geschafft, ey. Bis zum... Nix-Part-Voran. Call of Duty Modern Warfare 3. Ciao. Bis... ...bald.